Das Thema beschäftigt uns noch mal. Denn bei den Corona-Regeln gibt es wieder eine Zeitenwende. Wir sind da jetzt noch mal in Österreich. Die gehen nämlich jetzt ganz neue Wege. Die Quarantänepflicht wird aufgehoben. Das heißt, es wird an die Eigenverantwortung appelliert. Wer krank ist, der muss dann eben selbst entscheiden, muss ich jetzt zu Hause bleiben oder nicht. Das ist ein Weg, damit umzugehen, hin zu mehr Normalität, wie wir das ja schon kennen bei allen Fragen um Corona. Nicht jeder findet es richtig. Das heißt, es ist ein Weg, damit umzugehen, hinzu, 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 hinzu.